Hallihallo, hier ist The War, The Wave Music Episode 11 und ich habe vergessen, okay, also nochmal ohne Kreuzgeräusche hier, The War, Wave Music, 11. In Episode 10 habe ich ein Lied angefangen, dieses gedenke ich jetzt weiter zu machen. Dafür wollen wir uns das erstmal komplett anhören. Wir spielen mit dem Feuer. Und es wird immer teurer. Drohung, Nahrung, Butterfassungs. Unbezahlbar, welch ein Spaß. Bis zum nächsten Mal. So, haben wir uns mal wieder angehört, wo wir ungefähr stehen geblieben sind. Hallo Taki01. Ah, du willst zwei Flaschen abfüllen und was machst du mit dem Saft? Gut, mir fällt auf, dass hier irgendwie beim gesamten Drum Kit könnte ein bisschen Effekt dazukommen. Der kommt mir zu trocken rüber. Äh, wie nehmen wir denn Raum? Was sonst? Ne? Komm her. Das wir mal auf einem anderen Monitor öffnet. Ne? Ähm, irgendwas. Das ist Moved. Äh, ich weiß nicht, warum das Moved heißt, aber nicht hierfür. Auch nicht wirklich. Wir spielen mit dem Feuer. Und es wird immer teurer. Ja, vielleicht soll ich mir eine andere Szene auswählen. Danke. Das ist schon mal besser. Gut, lassen wir den mal so. Jetzt wünsche ich euch das Gefühl, dass die Bass-Tram nun irgendwie ein bisschen zu laut rüberkommt. Äh. Lassen wir sie mal so. Ja, viel Spaß. Ich hoffe, du bist nur in deinen Räumlichkeiten unten 2K01 und nicht mental. Äh, wohl bei diesen Temperaturen ist man eigentlich schon ein Satz von Gut und Böse. So, es ist Freitag. Es ist Wochenende. Es soll morgen angeblich noch heißer werden. Heute beim Einkaufen, boah, im Auto. Das war ein Backofen. Es hat auch mal keine Klimaanlage. Kann man einfach, äh, vom besten gar nicht nutzen. So, irgendwas mir hör auf. Hier habe ich einmal schon Text direkt nach dem Stream umgetextet. Von vorher Strom, Nahrung und das Gas kommt jetzt Strom, Essen und das Gas. Und diese gesamte Passage gefilmt mir sowieso nicht. Dieses Sample. Strom, Nahrung und das Gas. Vom Timing her irgendwie, ne. Achso, Moment. Sonst spielst du mir ja alles ein. Ähm, up and sampler. Wir spielen mit dem Feuer. Und es wird immer teurer. Strom, Essen und das Gas. Bezahlbar. Welch kein Spaß. Wir spielen mit dem Feuer. Ja, wir spielen mit dem Feuer. Brauchen wir Einkaufen, diese Preise mittlerweile. Also Halleluja. Gut, das bringt einen zumindest dazu, weniger wegzuwerfen. Das ist schon mal gut. Äh, wo steigen wir dich denn? Da? Strom, Essen und das Gas. Lass nicht mal so. Oh, Sümchen. Ja komm. Strom, Essen und das Gas. Gut, versuch was mit dem. Ähm. 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 Mach erstmal genau auf die 5. Wir spielen mit dem Feuer. Und es wird immer teurer. Strom, Essen und. Und ziehen den vor. Strom, Essen und das Gas. Und bezahlbar. Welch ein Spaß. Wir spielen mit dem Feuer. Und es wird immer teurer. Strom, Essen und das Gas. Der ist jetzt besser, aber der stört mich noch. Irgendwas stimmt nicht bei dem. Äh, nein. Wir spielen mit dem Feuer. Und es wird immer teurer. Strom, Essen und das Gas. Unbezahlbar. Hm. Den möchte ich mir aufsparen. Aber, nein. Mute ich mal kurz weg. Ich nehm's nochmal neu auf. Ups. Habe ich was verschellt? Nein? Gut. Wir spielen mit dem Feuer. Alles wird immer teurer. Strom, Essen und das Gas. Unbezahlbar. Welch ein Spaß. So, das sieht schon mal deutlich anders aus. Mal kurz rantasten. Nulldurchgang hier. Unbezahlbar. Welch ein Spaß. Wir spielen mit dem Feuer. Normalisieren brauche ich überhaupt nichts. Äh, nein. Simpler aus. Essen und das Gas. Unbezahlbar. Welch ein Spaß. Wir spielen mit dem Feuer. Ich hab nicht gemeint. Und es wird immer teurer. Wir spielen mit dem Feuer. Und es wird immer teurer. Strom, Essen und das Gas. Unbezahlbar. Unbezahlbar. So nochmal. Welch ein Spaß. Wir spielen mit dem Feuer. Und es wird immer teurer. Ein Stück vorziehen. Ja, was ist ein Stück? Machen wir uns ein Dreißigstel. Wir spielen mit dem Feuer. Und es wird immer teurer. Strom, Essen und das Gas. Äh, den gleichen Trick hier auch. Wir spielen mit dem Feuer. Und es wird immer teurer. Strom, Essen und das Gas. Unbezahlbar. Welch ein Spaß. Wir spielen mit dem Feuer. Yes. Und es wird immer teurer. Strom, Essen und das Gas. Unbezahlbar. Welch ein Spaß. Wir spielen mit dem Feuer. Ja, wir spielen mit dem Feuer. Naja. So. Irgendwas hat mich hier gestört. Die Bass. Auch mal. Ja, wir spielen mit dem Feuer. Und das macht es nicht so gut. Ja, wir spielen mit dem Feuer. Ja, wir erkenen. In der Feuer. Da oben nehmen wir immer, das ist ein bisschen schwer. Was hatten wir ganze Zeit, oder? Wir müssen die Feuer. Ja, wir müssen die Feuer. Wir müssen die Feuer. Wir müssen die Feuerwehr. Ja, wir müssen die Feuer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Revolution Ich kann nicht richtig sprechen Revolution Schnibbeln, 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 schnibbeln Kabel zu lang oder zu kurz? Hähnchen klein? Naja Das sind auch wenn man die alten Märchentexte und Lieder so anguckt Halleluja sind die brutal Hallo Edit Inflation 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 Du musst da starten, gut Äh, rauszähnchen Da gibt es nichts zu maximieren Okay Zum gefälligst daran, danke Rezession Klingt das übel Rezession 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 Keine Sende ist der Vokoder Rezession Das in Schwung kommen muss? Okay Warum ist das so Warum ist das so? Rezession 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 Rez 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 Hört man das wirklich raus? Das werden wir gleich hören Hört Revolution Klingt das übel Okay. So viel zu normalisieren gibt es da auch nicht. Gut. Gucken wir mal. Du. Da. Fünf. Du. Da. Hin. Ja, dich eh verschieben. Wollte ich nicht am Anfang haben. Mach es mal hier. Und ein bisschen länger. Inflation. Inflation. Nein, nein. Definitiv früher. Inflation. Rezession. Doch zu Beginn. Inflation. Auch nicht. Inflation. Rezession. Rezession. Aus dem Unterschied Rezession und Sezession hört man nun wirklich gar nicht raus. Ich schalte mal den ab. Inflation. Rezession. Sezession. Rezession. Hehehe. Ja. Schade auch. Gut. Benennen wir dich mal um. Vokoder. Kann ich eigentlich die gesamte da einfügen? Tatsächlich. Und bei dem schmeiße ich den raus. Da kann er gerne wieder drin bleiben. Inflation. Rezession. Aha. Sezession. Revolution. Inflation. Schon besser. Rezession. Sezession. Rezession. Ja, man sollte natürlich auch beide noten. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Aber auch nur vielleicht. Inflation. Rezession. Sezession. Revolution. Ja, dann natürlich auch. Aber lassen wir ihn doch mal da starten auf der 7.2. Sezession. Revolution. Lassen wir ihn da starten. Inflation. Rezession. Sezession. Revolution. Oh Gott. Da ich die Synchron verschieben muss. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Den schiebe ich 1, 2 mal auf die 1, 3. Vielleicht ging das besser. Inflation. Rezession. Sezession. Revolution. Revolution. Die Sezession kann doch früher starten. Boah, das klingt jetzt aber auch etwas... Äh, nein, ich wüsste jetzt nicht, wer von wem. War nicht was mit Bayern? Inflation. Rezession. Sezession. Revolution. Inflation. Und der startet mir jetzt dann doch... Und der startet mir jetzt dann doch... Rezession. Also wenn mein Bauchgefühl mir sagt, dass ich den E auf der 3 starten will, dann schiebe ich noch da hin. Inflation. Rezession. Sezession. Revolution. Rezession. Ich glaube, hier sind alle irgendwo auf der 3 rumwuseln, kann das sein? So, da hin. Du auf die 3 und es nochmal hören. Inflation. Rezession. Sezession. Revolution. Inflation. Früher oder später. Früher oder später. Wollt einen nach links. Inflation. Rezession. Sezession. Revolution. Inflation. Rezession. Sezession. Revolution. Inflation. Rezession. Rezession. Revolution Inflation Jaja, da haben wir genug Inflation gehört Langsam wird es hier was Jetzt will ich mir tatsächlich mal Nein, Szene, die beiden zusammen anhören Gehören irgendwie zusammen Wir spielen mit dem Feuer Alles wird immer teurer Strom, Essen und das Gas Unbezahlbar Welch ein Spaß Inflation Rezession Sezession Revolution Wir spielen mit dem Feuer Gut Soweit hierzu Der hat den natürlich auch mit kopiert direkt Das ist ja praktisch Wie klingt das eigentlich? Wo ich jetzt Den auch mal später starten lasse So, auf Richtung 3 Wir spielen mit dem Feuer Alles wird immer teurer Strom, Essen und das Gas Unbezahlbar Welch ein Spaß Och Wir spielen mit dem Feuer Alles wird immer teurer Strom, Essen und das Gas Unbezahlbar 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 Welch ein Spaß Inflation Rezession Wir spielen mit dem Feuer Wir spielen mit dem Feuer Alles wird immer teurer Alles wird immer teurer Strom, Essen und das Gas Unbezahlbar 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 Und das ist ja auch mit dem Feuer Wir spielen mit dem Feuer Wir spielen mit dem Feuer Wir spielen mit dem Feuer Alles wird immer teurer Strom, Essen und das Gas Unbezahlbar Welch ein Spaß Inflation Rezession Sezession Revolution Inflation Gut, gut, gut So, wie hört sich der nächste Plett denn eigentlich nochmal an? Mit Übergang Inflation Rezession Sezession Revolution Ja, ich hab... Na, komm Nix Clip Wieso machst du jetzt ein Clip hier hin? Was ist denn die Scheiße? Wie kann ich das eigentlich hier umstellen? Gar nicht Ist ja gut Ich geh aus dem Errenger-Modus raus In die Szene, die ich rein will Ein Wo war ich denn bei 8? Gut Und dann quantisieren wir euch mal doch ein bisschen. Hm. Dich ab. Na. Runter. Dich ab. Dich ab. Dich ab. Das ist nicht so viel. Äh, der Ton... ...weg. Den has passt nun wirklich überhaupt nicht. Mit Übergang bitte. Inflation Rezession Sezession Revolution Ähm Lass ich den doch mal da Aber Einfach fortsetzen Inflation Sezession Revolution Inflation Rezession Sezession Revolution Na, störst du mich? Revolution Ja, du störst mich Revolution Revolution Der läuft zu lang Inflation Inflation Rezession Rezession Sezession Revolution Inflation Rezession 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 Inflation Rezession Rezession Ja, da ist so ein rollendes R drin Ja, da ist so ein rollendes R drin Ja, da ist so ein rollendes R drin Ja, da ist so ein rollendes R, 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 da ist so ein roll Rezession. Jetzt ist das vielleicht etwas näher ranzugehen. Rezession. 19... Nein, Crunkade, danke. Dann aber auch hier. Danke. Inflation. Rezession. Rezession. Revolution. Rezession. 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 Rezession- Der Ton ist echt fies, oder? Dann will ich doch einen Mixer Sehende D Ein Pattern Äh, endlich wollte ich undo, danke I was getting into the groove I was getting into the groove Äh, what, dann I was getting into the groove Wie pervers laut ist das Teil Bitte, was hat er da drauf? Ich finde schon etwas besser Was getting into the groove 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 Nee, dann hier doch einfach Oh, du kannst gar nicht frech dehnen 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 Äh Äh No Overcoder Umbenimm, danke Inflation Rezession 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 Inflation Rezession Ja, ist besser Danke Rezession 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 Eigentlich ist aber ja da ein Übergang zum Schnellen, zumindest derzeit Schnellen. Das will ich jetzt wissen. Inflation auf die 4 schieben? Inflation, Rezession, Sezession, da wird doch ein Zusammenhang mit dem. Wir spielen mit dem Feuer, alles wird immer teurer. Strom, Essen und das Gas, unbezahlbar. Welch ein Spaß, Inflation. Nein, geht brav wieder zurück. Wir spielen mit dem Feuer, alles wird immer teurer. Strom, Essen und das Gas, unbezahlbar. Welch ein Spaß, Inflation, Rezession, Sezession, Revolution. Wir spielen mit dem Feuer, alles wird immer teurer. Strom, Essen und das Gas, unbezahlbar. Welch ein Spaß, Inflation. Rezession, 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 Sezession, Revolution. Wir spielen mit dem Feuer, alles wird immer teurer. Strom, Essen und das Gas, Strom, Essen und das Gas, unbezahlbar. Welch ein Spaß, Inflation, Rezession, Rezession, Rezession. Wir spielen mit dem Feuer, alles wird immer teurer. Wir spielen mit dem Feuer, alles wird immer teurer. Strom, Essen und das Gas, unbezahlbar. Welch ein Spaß, Inflation, Rezession, 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 Revolution. Wir spielen. Vielleicht ist auch das Timing der Worte als solches, also die Rhythmik im Rappen, das vielleicht müssen wir mal aufzeichnen. So, aber dennoch war ich da hinten unterwegs. So, Ich bin der Worte als solches, also die Rhythmik im Rhythmik im Rhythmik im Rhythmik im Rhythmik im Rhythmik im Rhythmik. Gut, vorerst hätten wir schon mal eine hübsche Schleife. Aber das soll ja nicht alles gewesen sein. Ein Schlag. Also ein Viertel war einster. Das ist ein Viertel. Inflation. Inflation. Dezession. Dezession. Revolution. Inflation. Dezession. Inflation. 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 Dezession. Sezession Inflation Rezession Sezession Revolution Inflation Rezession Wir nähern uns ein bisschen Stück vor wieder. Schruppdiwupp Inflation Rezession Sezession Revolution Inflation Rezession Sezession Rezession Revolution Inflation Rezession Rezession Sezession Revolution Inflation So Da hätte ich aber tatsächlich jetzt etwas zu suchen. Dazu muss ich aber aus rein rechtlichen Gründen leise im Hintergrund was mitlaufen lassen. Das sollte leise genug sein, denn ich habe da etwas, was ich nutzen könnte. Was mir gefällt. Was mir gefällt. Was mir gefällt. Ehm Playback Ja Wo war das denn? Weapon Handling... Gun Handling, das ist doch... Ah, ich sollte das vielleicht auch dahin kopieren... Ja, kopieren... Was ist der denn? Es kann sich nur Stunden handeln, bis ich den Order gefunden habe... Das ist gut... Was ist der denn? Was ist der denn? Was ist der denn? Was ist der denn? Gut, geht schön runter... Was ist der denn? Was ist der denn? Lass ich mal dran... Oh Gott... Äh... War auch nicht da... Moment... Da... Für die, die es interessiert, ist das Geräusch einer AK-47... So... Ach ja, ich muss da... Ist ja gut... Ähm... Kann ich schließen... Wo will ich den drin haben... In Szene 3... Das ist definitiv ein Effekt... Ähm... Ähm... Man kann auch einen Waveler natürlich nicht... Moment... Äh... Da... 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 Rezession Ja, wozu hab ich die Samples verholt? Rezession Revolution Bisschen vor Inflation Rezession Rezession Revolution Inflation Ja, gefällt mir Das passende Geräusch Eine Revolution ist halt das Durchladen Einer Waffe Wär es im Mittelalter, dann wäre das natürlich So Schwerziehen, die typischen Schwerziehgeräusche Die nichts mit einem realen Schwerziehgeräusch Zu tun haben Aber wir sind es gewohnt So Gehen wir zurück zu diesen Szenen Aber was? Ich hätte gerne So Jetzt ein dunkles Pad Nur was brummelt ist Das wiebenswell Die können wir nämlich direkt dort bin ich, wo ich hin will. Ich komme einfach mal hier rein. Lautstärke. Da muss er aber schon aufhören. Ich komme den Release auf alle Höhen. Gut, schlecht ist es nicht, aber darf doch noch ein bisschen leise angesteuert werden. Oh, ich wollte was anderes. Können wir den sinnvoll einsetzen? Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben uns vergessen. Wir haben uns vergessen. Was zum Henker hab ich denn da erwischt? Ach, der macht auch noch was. Oh. Puh, kann man damit arbeiten. Okay. Wir sind besser. Untertitelung des ZDF, 2020 Tja, irgendwas Pädiges oder was anderes? Was wollen wir denn? Tja, irgendwas Pädiges oder was anderes? ZDF trifft nach rechts. Guck mal, Schuss-Aund. Der ist so herrlich kaputt. Hm, klar zu Play. Ja, sind auch nett. Guck mal, Schuss-Aund. Guck mal, Schuss-Aund. Guck mal, Schuss-Aund. O-ha. Dann hauen wir hier einfach mal eine sehr lange Note rein. Ein Effekt bitte. Ich war's getty into the groove. Chorra. Ach komm. Ich war's getty into the groove. Ich war's getty into the groove. Ja, passt. So, da ich aber von Dein eigentlich überleiten wollte. Duplizieren. Unique. Dahin. Nehmen wir dich einfach mal als Szene. Praktischerweise Szene 5. Eigentlich ist es 4b. Das ist 4a. Okay, 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 okay. Ja, ja. 2b. Und nach 2 kommt 3. Na? Jetzt lösche ich mir die 3 weg, die ich grad tippe. Gut. Na? Ja. Du bist Szene Quadro. So. Dieser Sound wollte ich auch irgendwas Stück nicht mit dem. Die Open My Head war das. Ja. 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 So. Wie möchte ich denn... Ich darf den Erringer anschmeißen. zwischen... Zwischen... Ich sollte die Szene auch hinzufügen. Dann kann ich es auch auswählen. Sehe da. Ich werde die 인터� Lassen wir uns doch einen ganz neuen Groove. Und mit ganz neuem halte ich wirklich ganz neu. So, was nehmen wir denn... Schönes. Wir hören die Kicks nochmal bei dem... Kick. Wogegen? Auf 1 und 3. Hier möchte ich die Kick auf 2 und 4. Die Patternlänge mal kurz anpassen. Gut. Und das geknarrt hat natürlich auch geändert. Irgendwann solche Snail nehmen wir denn hier von was. Wie klingt das? Einfach nur, wie klingt das? Beschissen oder total beschissen? Nein. Die hier, die closed. Da, die open. Gut, ab jetzt können wir wieder nach vorne gehen. Gut. 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 Ähm, was können wir hiervon noch schönes nehmen? Äh, nein, nein. Clip da und Clip da. Clip da und Clip da und Clip da. Clip da und Clip da und Clip da. Clip da und 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 Clip da Gut, äh, dumm, 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 den klassischen, einmal alles zu viel, ähm, einmal alles hübsch in, off. Move on to Tormus. 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 Mal gucken, was Bass bringt. Nein. Ja, wie versetzt kann man nur sein, okay, okay. Bin ich da irgendwo halbwegs im Takt? Nein? Hinten eventuell... Nein. Das war nicht beabsichtigt. Um... Das war nicht. 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 Da stimmt was nicht. Das war nicht. Das war nicht. Das war nicht. Das wäre nicht. fast per verse nehmen wir den arabic bis zum nächsten Mal Musik 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 Was geht aber noch schon etwas lauter? Was hatte ich da eigentlich? Nein, 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 nein. Na dann nicht. Och, warte mal. Oh Gott, wo waren die? Wo war das, was ich jetzt suche? Oh Gott, wo war das, was ich jetzt suche? Okay, nehme ich. Ah, tatam, tatam. Ist das refreshing? Nee. Nicht als One-Shot, der ist mir zu lang. Lasst euch überraschen. Ähm, so. Wahrscheinlich muss ich den eh gleich leiser drehen. Und? Attack ist, na, so lang auch nicht. Kann man den auch? Natürlich nicht. Äh, fast. 500. Released, äh, ein bisschen. Okay. 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 Ja-hah! 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 Oh, Hachi. So, derweil suche ich, ich weiß nicht, ob ihr das hört, andere Sounds. Den will ich jetzt ausprobieren. Moment, wo ist ein Volume? Also ich kenne Volume, weil ich es ausgeschaltet habe. Ähm, da möchte ich, ich kenne das Spiel, ist das jetzt drin? Ähm, ich muss echt rausgehen und wieder reingehen. Da lege ich aber ganz direkt ein bisschen Schnell drauf. Nicht blind? Jo. Aber welchen, welchen, welchen? Das darf ich ja rein richtig nicht alleine spielen. Also so, ich spiele jetzt erstmal schnell ein Hallchen aus. Mit Null. Den machen wir hier hin und hier nehmen wir den. Der ist so laut. Okay, 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 okay. Da fährt der andere ziemlich leise. Dieses Streitgespräch da. Ich habe was vergessen. 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 Der sollte eigentlich... Danke. So. So. Zum Henke. Ich habe hier kein Makro. Das neuesten. Ist das... Nein. Weiß das die Automatik? Weiß das die Automatik? Und insgesamt ein bisschen früher statt. Da ist ziemlich lang ein Teil. Und leiser, 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 leiser. Oh, wirftet ihn ab. Gefällt mir nicht. Vielleicht muss ich ihn tatsächlich auf 16-Taktor laufen lassen. Gut. Gut. Das er den Ton so hart absägt. Eine Pattern-Grenze. Ach, du Jemini. Gut. Dann gehst du mal schon mal auf 16-Taktor. Wie klingt das? Geht's! 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 Ich habe falschen Plugin. Äääääähäh. What the fuck war das jetzt? Muss ich den Echtleutern machen? Ach du Scheiße. Na gut, mache ich den neu. Nein, nein. Das gefällt mir besser. So, zum eigenen Lernen. Wie viel Takte nach Lauf? Drei. Eins, zwei, vier. Ich kann nicht zählen, das sind vier. Okay, dann gehen wir doch mal die anderen Banken. Double, 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 double. Double, mir ist auch. Dich ebenfalls. Da war nix. Recoder ist nix, da ist nix. Äh, doch. Da war nix. Der war nix. Immer wieder nicht. Da war nix. ARD Text im Auftrag von Funk Gut, 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 gut. Wieso tue ich eigentlich die Schreien nicht zu Vocals? Egal. Ich kenne das Spiel, ich kenne das Spiel. Findet ihr das jetzt direkt? Nein. Das ist doch... Ein männlichen Schrei hätten wir auch ein Angebot. Ach so. Boah, war ich schlau. Den soll ich natürlich nicht doppeln. So. Kein One-Shot. Ein bisschen mehr Release. Attack direkt hat ein Effekt. Hm. Ach komm. Raumen wir uns mal vor uns hin. Hm. Aber nicht so laut und nicht an der Stelle. Da, wir spielen. Ach so glaubst du ja. Okay, der geht es nicht mehr zusammen. Denn du organisest die Welt. Jetzt Unlike war ich schісen. Aber nicht to ga. Ach nee, ich war's. Ja, ich duct借 mich drauf drauf. Meine Güven wir uns mal vor. Ah? Ein bisschen fang Get him, get him, right out of here! Bauer, what are you doing? Oh, man, have you done this? Oh, wait! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da stimmt noch was nicht, den ... leiser ... Nochmal ... Nein ... danke ... Mal ... Wie ist damit? Na gar nicht ... Auf 11.02 noch ein bisschen Snare ... Snarey Snarey ... Mit ... Ein bisschen ... Wirbel ... Ein bisschen ... Ein bisschen ... Ein bisschen ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Strom, Essen und das Gas. Unbezahlbar. Welch entspannt es? Inflation. Rezession. Sezession. Starten zu früh. Revolution. Rezession. 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 Was soll das eigentlich nochmal? Wieso ist da angeblich eine Satz, die ich nicht höre? Da ist doch drin. Gut, da waren es in die 4. Nein, das ist einfach nur daneben. 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 Ein bisschen zurück. Inflation. Dezession. Noch einen zurück. Inflation. Dezession. Sezession. Revolution. Inflation. Rezession. Sezession. Revolution. Inflation. Inflation. Rezession. Rezession. Nein. Das stört. Inflation. 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 Rezession. Besser. Sezession. Rezession. Ja. Inflation. Die. Der sie. Die. Die. Tief. Drei. Drei. Die. Die. Who. End Confident. Die. Beiarpreist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Inflation Rezession Wir spielen mit dem Feuer Alles wird immer teurer Strom, Essen und das Gas Unbezahlbar Welch ein Spaß Inflation Rezession Ich finde, dass es den Rhythmus brechen wird, wenn ich ihn auf... Mit den Feuern... 1...2... Aber probieren wir es mal Wir spielen mit dem Feuer. Alles wird immer teurer. Strom, Essen und das Gas. Unbezahlbar. Welcher Spaß? Inflation, Rezession. Das ist dann noch Rezession. Ne, 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 ne. Es geht wieder zurück. Ja, es ist auf dem Off. Ich kann alldurchsens versuchen. Ja, aber den noch ist hier. Dann doch dann. Im Zusammenhang. Wir spielen mit dem Feuer. Alles wird immer teurer. Strom, Essen und das Gas. Unbezahlbar. Welch ein Spaß? Inflation, Rezession, Sezession, Revolution. Wir spielen mit dem Feuer. Alles wird immer teurer. Strom, Essen und das Gas. Unbezahlbar. Welch ein Spaß? Inflation, Rezession, 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 Revolution. Wir spielen mit dem Feuer. Alles wird immer teurer. Strom, Essen und das Gas. Unbezahlbar. Welch ein Spaß? Inflation, Rezession, Rezession, Revolution, Revolution. Wir spielen mit dem Feuer. Alles wird immer teurer. Inflation, Rezession, 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 Revolution. Wir spielen mit dem Feuer. Wir spielen mit dem Feuer. Alles wird immer teurer. Alles wird immer teurer. Alles wird immer teurer. Strom, Essen und das Gas. Unbezahlbar. Welch ein Spaß? Inflation, Rezession, 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 Revolution. Wir spielen mit dem Feuer. Alles wird immer teurer. Alles wird immer teurer. Sezession, Rezession, Revolution. Wir spielen mit dem Feuer. Wir spielen Sezession Wir spielen mit dem Feuer Alles wird immer teurer Strom, Essen Wir spielen mit dem Feuer Alles wird immer teurer Strom, Essen und das Gas Unbezahlbar Sezession Wir spielen mit dem Feuer Alles wird immer teurer Strom, Essen und das Gas Unbezahlbar Welch ein Spatz Inflation Rezession Sezession Revolution Wir spielen mit dem Feuer Alles wird immer teurer Strom, Essen und das Gas Unbezahlbar Unbezahlbar Welch ein Spatz Inflation Rezession Sezession Rezession Wir spielen mit dem Feuer Alles wird immer teurer Alles wird immer teurer Strom, Essen und das Gas Strom, Essen und das Gas Strom, Essen und das Gas Unbezahlbar Strom, Essen und das Gas Unbezahlbar Unbezahlbar Welch ein Spatz Inflation Rezession Rezession Sezession Rezession Rezession und das Gas, unbezahlbar, echt ein Spaß, Inflation, Rezession, Rezession, Revolution, Revolution, wir spielen mit dem Feuer, alles wird immer teurer, Strom, Essen und das Gas, unbezahlbar, echt ein Spaß, Inflation, Rezession, Rezession, Revolution, wir spielen mit dem Feuer, alles wird immer teurer, Strom, Essen und das Gas, unbezahlbar, echt ein Spaß, Inflation, Rezession, 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 Revolution, wir spielen mit dem Feuer, alles wird immer teurer, Rezession, Revolution, wir spielen mit dem Feuer, alles wird immer teurer, Sezession, Revolution, wir spielen mit dem Feuer, alles wird immer teurer, Strom, Essen und das Gas, Sezession, Revolution, wir spielen mit dem Feuer, alles wird immer teurer, Strom, Essen und das Gas, unbezahlbar, echt ein Spaß, Inflation, Rezession, Rezession, Revolution, Revolution, wir spielen mit dem Feuer, Schläng buffet, wir spielen mit dem Feuer, Schlingfusko-Ruste, du meintest also zurück im Sinne des Ando, rückgängig machen, weil weiter vorher passt überhaupt nicht, wenn ich dir das Muster anschaue, ich habe hier nicht alle, ich habe eigentlich alle sieben schläge sieben schläge bis zum nächsten sieben schläge bis zum nächsten und dann ein bisschen mehr sie macht neun wie sowas für was fast da hinten wir spielen mit dem feuer alles wird immer teurer strom essen und das gas unbezahlbar welch entspanns inflation rezession sezession revolution wir spielen mit dem vorn ja ja die mal anhören der ist schon was laut wo ist der bist du das wahrscheinlich hier ja 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 Es stört was. Ja, ja, ja. Eigentlich abhier hören. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Undertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020